Christus, Fartus est un homis Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zur Auslegung des Sonntagsevangeliums. 21. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A. Ja, wir hören heute in der zweiten Lesung, dass wir die Gedanken Gottes nie erkennen können. Und das Evangelium ist etwas, was bis heute Anstoß erregt. Nämlich, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Dazu wollen wir heute einiges hören. Am Anfang wollen wir beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Gabe schenkst, wie Petrus uns senden zu lassen. Und ja, dass wir alle nicht verrückt werden an der Konkretion, die du in deiner Kirche geschenkt hast. Dass du wirklich eine Kirche gegründet hast. Dass wir auf das Fundament der Apostel und auf das Fundament des Petrus gebaut sind. Dass wir auf das Kreuz gebaut sind. Herr, wir bitten dich, dass wir all diese Konkretionen der Kirche, all das, wo wir vielleicht hadern, wo wir sagen, ja, was ist das für eine schwierige Situation, dass wir das annehmen lernen und deine Kirche lieben lernen. Und wirklich trotzdem auch die Kirche ändern, indem wir unser Herz ändern, indem wir bei uns anfangen. Herr, ich bitte dich, dass du uns deinen Frieden schenkst. Dass du uns den Frieden auch damit schenkst, dass manches schiefläuft in deiner Kirche. Aber dass du uns vor allem das tiefe Vertrauen schenkst, dass du gegenwärtig bist. Dass die Hölle der, ja, dass die Pforten der Hölle die Kirche nie überwinden werden. In diesem tiefen Vertrauen bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zweite Lesung. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege! Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Allein diesen Satz zu verstehen, eine Antwort auf diese Fragen, die da kommen, zu geben, brauchen wir ein ganzes Leben. Zu verstehen, was es heißt, aus Gott, durch Gott und auf ihn hin zu leben. Da ist diese Frage, wie geht das, da ist keine Antwort möglich, sondern man muss es durchleben. Man muss es ein Leben lang durchleben. Und allein schon diesen Satz zu verstehen, glaube ich, das werden wir erst im Himmel ganz. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass es im Glauben nicht zuerst darum geht, alles zu verstehen. Es geht darum, vieles zu verstehen und manches zu verstehen. Es geht darum aber vor allem zu vertrauen. Die Autorität Gottes anzunehmen und zu sagen, du bist eine wahre Autorität. Autorität kommt von dem lateinischen Wort augere. Das heißt, ja, wachsen, vergrößern. Also anzunehmen, dass Gott größer ist als ich und dass, wenn ich seinen Willen annehme, ich wachse, er mich groß haben will. Nicht klein und nicht kaputt machen, sondern er will mich groß machen. Er will mich ja zu einem großen Menschen heraufführen. Das ist übrigens auch irgendwie das Vertreter, das Perverse am Teufel, denn er möchte sein wie Gott. Die Sehnsucht, die dahinter steckt, sein wie Gott, ist dann ganz falsch, wenn wir denken, wir können uns selbst zu Gott machen. Aber sie ist dann ganz richtig, eine ganz tiefe Sehnsucht, wenn wir Gott es machen lassen. Weil Gott will ja in der Eucharistie in uns kommen. Gott will uns in den Himmel aufnehmen. Gott will uns mit der ewigen Herrlichkeit beschenken. Und das, richtig verstanden, ist schon ein bisschen sein wie Gott. Also die Sehnsucht, die tiefe Sehnsucht, etwas zu gelten, gesehen zu werden, sein wie Gott, die will Jesus uns erfüllen. Aber nicht so wie der Teufel, mach was aus dir selbst, sondern im Empfangen, im Geschenk bekommen. Und da sind wir jetzt bei einem Punkt, der ganz schön in der zweiten Lesung ist. Wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Antwort, rhetorische Frage, natürlich die Antwort, keiner. Keiner. Deswegen ist meine Aufgabe nicht zu verstehen, warum Jesus unbedingt diesen schwachen Petrus als Garant der Einheit, als obersten der Apostel, als obersten der Bischöfe, als seinen Stellvertreter auf Erden einsetzt. Ich kann dafür gute Argumente finden. Ich kann dafür aber auch Argumente dagegen finden, wie so ein schwacher Typ das überhaupt sein soll. Warum nicht Maria, die viel stärker ist? Warum nicht sie, die unter dem Kreuz stand? Warum nicht Johannes, der viel stärker ist und unter dem Kreuz stehen bleibt? Warum Petrus? Die Antwort ist, ehrlich, wir wissen es nicht. Warum hat Jesus gewollt, dass ein Papst, ein schwacher Mensch, an der Spitze seiner Kirche steht? Es gibt Argumente dafür, wie, ja, als Garant der Einheit muss er sichtbar sein. Und es braucht einen sichtbaren Punkt der Einheit, auch weil wir Menschen sind und nicht einfach, wir sehen das ja im Protestantismus, dann in 20.000 Splittergruppen zerfallen dürfen und sollen. Aber es gibt auch Argumente dagegen, weil was haben Päpste nicht schon alles gemacht? Was haben Päpste nicht schon alles verzapft? Natürlich ist der Strang und die Entwicklung der Kirche sehr, sehr gut und es gibt immer nur Ausweiche, aber die Wahrheit wird vertieft. Dieses tiefe Vertrauen darf man haben, aber dennoch gibt es einzelne Päpste, die haben ziemlich doofe Sachen gemacht. Also warum sagt Jesus, du bist Petrus und auf diesen Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen? Warum? Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Und das muss auch ein bisschen offen bleiben, weil unsere erste Aufgabe ist nicht immer alles zu verstehen. Das kommt hoffentlich im Laufe unseres Lebens und im Himmel dann ganz. Unsere Aufgabe ist zu vertrauen. Zu sagen, Herr, du hast uns diese Heilige Schrift gegeben, du hast uns die Tradition der Kirche gegeben, du hast uns die Bischöfe und Apostel gegeben. Wir dürfen vertrauen, dass du deine Kirche in die Wahrheit und in die volle Wahrheit führst. Also versteht ihr, die Aufgabe ist nicht zu sehr, alles zu verstehen, sondern zuerst zu vertrauen auf Gottes Wirken, auch in seiner Kirche. Jetzt kommt der erste Angriffspunkt, der immer schon kommt. Der erste Angriffspunkt ist, wie schaut ihr diesen Sauhaufen an? Schaut ihr den Petrus an? Er verleugnet Christus. Wie kann ich darauf vertrauen, dass er der Fels ist, auf den Christus seine Kirche baut? Wie geht das? Dafür möchte ich jetzt erstmal das Evangelium lesen. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Bis heute steht die Kirche auf diesem Bekenntnis. Jesus antwortete und sagte ihm, selig bist du Simon Bayona. Denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden werden. Und was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gebunden sein. Wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Ihr Lieben, wie kann dieser Petrus, der ein paar Atemzüge danach Christus verleugnet, wie kann der der Fels sein? Das Erste ist einmal zu wissen, dass Jesus kommt, um die Sünder zu rufen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus ist halt ziemlich schlau. Jesus hat auch einen ziemlich krassen Humor manchmal. Also ich denke mir immer, wenn dein Arm dich zum Bösen verführt, dann reiß ihn aus. Das sind Übertreibungen natürlich. Du kannst jetzt deinen Arm da rausreißen, dann müsste ich schon alle Arme rausgerissen haben und meine Zunge rausgerissen haben, meine Augen ausgestochen haben, wenn ich davon ausgehe. Also Jesus kann schon auch Polemik. Das gefällt mir auch. Ja, weil ich muss sagen, wenn man ein bisschen auf den Putz hauen, ist schon mal schön. Aber Jesus ist auch irgendwie lustig. Also sarkastisch würde ich nicht sagen, aber durchaus pointiert. Zum Beispiel als die Pharisäer sich aufregen, dass er bei Sündern einkehrt, sagt er, ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, um die Kranken zu heilen. Und er ist der Messias. Also er sagt, ich bin gekommen für die verlorenen Schafe Israels. Ich bin gekommen, um Israel zu retten zuerst und dann die Heiden. Und was natürlich dahinter steckt, ist ja, alle sind krank. Alle brauchen diesen Arzt. Jeder braucht diesen Arzt. Jeder braucht diese Erlösung. Ja, schau aber mal, was der macht. Ja, schau mal, was ich mache. Also Jesus ganz pointiert und sagt, naja, was auf ihr. Das ist so die versteckte Potschaft. Finde ich eigentlich ganz cool formuliert. Und deswegen ist, wenn er den Petrus ruft, der Fels, auf den die Kirche gebaut ist, ist der Petrus. Was heißt das? Das heißt, das ist ein Mensch, der von Jesus auserwählt und berufen wurde, sein Stellvertret auf Erden zu sein. Wie ist dieser Mensch beschaffen? Dieser Petrus ist ein sehr kantiger Typ, ein Draufgänger. Herr Jesus, ich gebe mein Leben für dich hin. Drei Stunden später oder ein paar Stunden später hat er ihn dreimal verleugnet. Derselbe Petrus weint aber bitterlich, als er merkt, dass er ihn verleugnet und bekennt seine Sünden. Und dreimal fragt ihn Jesus, liebst du mich? Und er sagt, ja, zum Schluss, ja, Herr, du weißt, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Und damit wird er eigentlich zu einem Grundmotiv der Kirche. Ich als Priester bin berufen, in der Eucharistiefeier Jesus Christus nicht nur darzustellen, sondern die in persona Christi zu verkörpern, zu sprechen, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und das spreche ich nicht als Pater Isaac, sondern das spreche ich als ein Priester, der, ja, der dann Jesus in dem Moment ist. Und dann kommt wirklich Jesus Christus und sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Ich aber verleugne auch Jesus immer wieder. Ich würde sagen täglich. Durch meine Taten, durch mein Denken, durch mein Tun, das oft nicht von Liebe geprägt ist, das oft Abfälle, das oft auch Menschenfurcht größer als Gottesfurcht setzt. Und dennoch ist genau der Petrus das Vorbild, nämlich in dem Moment, und zwar als jemand, der sich immer wieder von Christus rufen lässt und wirklich sagt, okay, Herr, sei mir Sünder gnädig, Herr, ich bekenne meine Sünden. Ich bin ein armer Sünder und du berufst mich. Und das muss auch mein Lebenswerk sein. Und auch mein Lebenswerk muss so sein, dass ich nicht an der Größe meiner Berufung zweifle, nur weil ich ein armer Sünder bin. Also Jesus beruft mich, beruft dich, aber wir müssen alle durch dieses enge Nadelöhr, durch diese kleine Pforte, nämlich der Barmherzigkeit, die ist unendlich groß. Aber warum ist sie so klein? Ja, weil wir uns halt klein machen müssen, weil wir da durchschlüpfen müssen und sagen müssen, Herr, es tut mir leid, ich habe schon wieder Scheiße gebaut. Entschuldige, dass ich das jetzt so sage, aber das muss man auch mal im Mund nehmen dürfen in dem Punkt. Im Psalm steht, aus dem Dumm hast du, Herr, uns erhoben. Wir dürfen nicht daran zweifeln, dass der Herr uns erhebt und zu großem Beruf. Wir dürfen aber auch nicht daran zweifeln, dass es der Dumm ist, in den wir immer wieder hineinfallen. Also die, ja, auf Deutsch gesagt. Und da muss man wirklich einfach mal auch in Bezug auf Petrus dankbar sein, dass so jemand als Erster über die Kirche gesetzt wurde. Weil das heißt, du und ich können berufen sein zu Großen. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist Gottes Barmherzigkeit immer wieder anzunehmen. Immer wieder zu ihm zurückzukehren. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Die Konkretion. Etwas unvorstellbar, ich möchte nicht sagen egelhaftes, aber unangenehmes. Wie kann es sein, dass der allmächtige Gott, der überall ist, der alles durchdringt, konkrete Institutionen gründet? Ist der bescheuert? Entschuldigung, das ist diese Wortwahl jetzt, aber das müssen wir mal so zulassen. Hat der noch alle Tassen im Schrank? Ja? Hat der noch alle Tassen im Schrank? Dass der allmächtige Gott, der alles hat, eine ganz konkrete Institution gründet? Schau dir doch mal diese Institution an. Schau dir doch mal die Priester an. Schau dir doch mal meinen Pfarrer an. Schau dir doch mal den Pater Isaac an. Schau dir doch mal die Bischöfe an. Schau dir doch mal dein eigenes Herz an. Wie kann es sein, dass du als Teil der Kirche Christus repräsentierst für diese Welt? Wie kann es sein, dass Jesus Christus das wollte? Wisst ihr, warum er das wollte? Weil er gesagt hat, dass die Kranken den Arzt brauchen. Dass wir uns erlösen lassen sollen. Dass es nicht darauf ankommt, wie moralisch perfekt wir sind, sondern wie demütig wir immer wieder in seine Barmherzigkeit zurückkehren. Darauf ist die Kirche gegründet. Das verkörpert Petrus. Die Größe der Berufung und unsere eigene Bedürfnis der Barmherzigkeit Gottes. Und dann wird die Kirche ganz konkret. Und von Anfang an ist das die Frage. Und die Evangelien wussten das. Weil stellt euch mal vor, wenn die Evangelien getürkt werden, die würden doch Petrus als den Helden darstellen. Superman! Ich rette die Kirche. Quatsch. Auf die Schnauzefelder. Und die Evangelien bringen das auf den Punkt. Weil sie von Anfang an wussten, dass kein Jünger, nur einer und Maria und ein paar Frauen unter dem Kreuz standen. Weil sie wussten, dass die Kirche nicht auf Verrat, aber auf Barmherzigkeit gegründet ist. Und weil sie wussten, dass der Unterschied zwischen Judas und Petrus nur ein einziger ist. Nämlich die Frage, kann ich die Barmherzigkeit Gottes annehmen? Kann ich Gott als meinen Retter annehmen? Und deswegen sind die Skandale der Kirche schlimm. Und sie müssen aufgearbeitet werden. Und sie müssen bekannt werden. Und sie müssen gesünd werden. Und sie müssen gebüßt werden. Wir sind in dieser Buße drin. Wir büßen. Was Mitglieder der Kirche getan haben. Wir büßen dafür. Gerechtfertigt, ungerechtfertigt wird der Herr entscheiden. Aber wir büßen dafür. Und was wurde nicht allen vielen Menschen Unrecht getan, durch die Kirche auch. Aber jetzt wird vielleicht manches auch uns Unrecht getan, medial. Aber wer sind wir, um jetzt da wirklich zu schimpfen? Und da geht schon das Licht aus. Stromausfall in Neuzelle. Ich werde trotzdem weitermachen. Es ist so, dass wir uns überlegen sollten, diese Konkretion der Kirche neu anzunehmen. Weil Christus hat sie gewollt. Christus wollte diese Konkretion. Christus wollte konkrete Bischöfe einsetzen. Christus wollte den konkreten Papst einsetzen. Christus wollte konkrete Vertreter. Warum? Ich sage es nochmal. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich kann es ein bisschen verstehen. Nämlich, weil der Glaube in eine Gehorsamsstruktur hinein muss. Der Glaube auch konkret werden will. Die Liebe will konkret werden. Er kommt konkret in der Eucharistie. Er kommt konkret in der Beichte. Er kommt konkret als Stellvertreter auch in seinen Priestern und Bischöfen. Und das wollte Jesus so. Und das ist schon eine irre Vollmacht, die die Kirche bekommen hat. Nämlich die Schlüssel des Himmelreichs. Sie hat Entscheidungsvollmacht im Glauben und Sittensfragen in dieser Welt. Was sie entscheidet, gilt. Sie muss das immer tun in Bezug auf die Bibel, auf das Wort Gottes, aber auch in Bezug auf die Tradition. Also sie kann da nicht ausbrechen. Ist klar, der Papst kann nicht irgendwas bestimmen. Aber er kann manche Sachen festlegen. Und wir hören das schon im Alten Testament, dass Jesus, das ist die erste Lesung heute, sagt, Also Gott sagt, ich werde ihm den Schlüssel des Hauses Davids auf die Schulter legen. Er wird öffnen und niemand ist da, der schließt. Er wird schließen und niemand ist da, der öffnet. Ich werde ihn als Pflock an einer festen Stelle einschlagen. Und er wird zum Thron der Ehre für sein Vater aus. Liebe Schwestern, Brüder Petrus hat die Schlüssel des Himmelreiches. Aber er musste ziemlich schnell erkennen, dass das keine Macht ist, sondern eine Vollmacht. Und dass das keine menschliche Stärke ist, sondern menschliche Schwäche, die in der Barmherzigkeit Gottes stark wird. Diese Erfahrung wünsche ich euch. Dazu segne ich, der Mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gott liebt euch. Geht durch das enge Dor der Barmherzigkeit, das unendlich weites von Gott, aber das so kleines, weil wir uns klein machen müssen.